Breitet euch mal mehr vor und so weiter. Also das Menschliche fällt mir persönlich doch etwas schwerer, als jetzt eine neue Strat rauszusuchen, eine neue Flash oder vielleicht an den Waypoints zu arbeiten oder sowas. Wobei ich auch sagen muss, dass die Jungs selber super dahinter sind, was jetzt irgendwie Strat angeht. Wenn eine Strat bei uns nicht funktioniert, dann sind die meisten selber dahinter. Die wissen dann auch, okay, hier müssen...